recht herzlich willkommen zur 150 folge von towns ja wir sind jetzt hier drin im spiel und haben letztes mal hier noch ein paar kerzen gestellt sind die denn jetzt alle so richtig eins zwei drei zwei drei er die passt die passt dann nicht weil die muss glaubt dann noch da an lockt eine kerze und die stellen wir dann in diese reihe macht er nicht warum macht er das nicht also eine etage zu früh aufgehört so kärze wird sofort rüber getragen wunderbar hat auch geklappt gut sind wir hier mal unter so das ist richtig eins zwei drei eins zwei drei das bedeutet diese kerze anloggen warte mal das ist 123 123 da muss er aber irgendwie wieder falsch gemacht ja passt gut das heißt diese kerze ist da über kann da weg hier ist 123 123 da kann eine hin da muss hin da muss auch eine wenn man die anloggen und die auch anloggen jetzt werden die natürlich nicht dahin gebracht ist auch klar ja macht die auch ein anloggen und ja die stemme dann direkt ins wasser passt dann schon oder so so jetzt 123 123 123 das muss weg passt ach so warte mal die die steht gar nicht richtig hier wahrscheinlich oder passt 123 123 123 123 da muss die hin da muss die hin wo ist jetzt wieder ein fehler ne hier ist der fehler ganz klar gut das bedeutet auch da ist ein fehler da muss also eine kerze hin toll und da müssen wir umgraben oder zurück graben wieder bepflanzen mit grasen und dann kann da eine kerze hin so nimmt er zum glück auch die unterste passt gut da muss eine dann hin die kann dann weg passt die kann auch weg und die passt die kaktus frucht hier muss weg und da kommt dann eine kerze hin so dann haben wir es bis hierhin schon mal gerade gezogen die kann definitiv dann weg und die auch und ja das muss dann fertig werden 3123 das bedeutet da muss eine kerze hin super irgendwie wollte er das jetzt gerade nicht machen wieso will er da keine kerze hinstellen weiß ich auch noch nicht vielleicht wird es da noch werden gut aber abbauen funktioniert irgendwie nicht und keiner weiß warum 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 laufen die da nicht hin und machen das ich weiß nicht hier unten auch nicht kann man das weg machen geht noch nicht mal geht es dann machen wir das auch noch weg naja das war jetzt kein tolles ziel so da ist weg da ist auch weg da ist noch einer nein da nicht hin sondern da hin weg und ausgewählt ist noch macht das auch weg genauso wie das weg machen hier ist auch noch einer ach so wo ich den jingle hör habe ich ganz vergessen in der letzten folge war ganz am ende auch noch ein jingle zu hören und da sind schon mal hier gekommen naja deswegen habe ich das war natürlich verschwitzt und das muss schnell noch hier alle ausrüsten das hinkriegen so jetzt haben wir das blaue alles hier weg gemacht aber wir haben ja noch reichlich blaues unten im keller hier zum beispiel das wird jetzt erstmal weg gemacht macht ja alles keinen sinn so ne ach da war das nicht sondern da war das weg weil das ist jetzt viel zu viel ne shift hast du eben nicht gedrückt wieder weg weg so hier ist jetzt aber auch nichts und wenn hier unten so ein paar stellen sind wie hier dann lassen wir die mal gerade aber die werden alle nicht mehr abgebaut es ist überall was gebaut wie man sieht aber vielleicht war es zu viel des guten und hier haben wir ganze wege sozusagen hier wird abgebaut guck sie sind definitiv irgendwo dabei ist nur zu gucken wie viel es hier noch ist ja da oben die reihen haben sie nämlich schon gemacht ok hier diese reihen die sind die doch tatsächlich schon durchgegangen wohl deswegen hat das da oben so lange gedauert dass da noch nichts passiert ist nicht lange gedauert sondern die sind hier unten beschäftigt ne jetzt machen sie es hier oder ja tatsächlich und das sind die neuen leute sogar die haben noch keine rüstung so ich glaube dann sind wir hier durch wie man sieht hier ist nichts das ist schon mal gut dass wir an dieser etage dann fertig sind eine tiefer mal gerade gucken nicht dass wir hier auch noch was am gange haben ne hier ist glaube ich noch nichts das ist alles gut und darunter denke ich ja auch nicht mehr ne da waren wir wohl nicht oder da haben wir doch da ist was da durchforsten wir etwas dass das da auch weg kommt das müssen wir aber ändern das darf doch nicht sein das muss weg damit das da nicht gebaut wird so da können sie dann noch abbauen irgendwann klar aber das ist jetzt erstmal nebensächlich da müssen wir aufhören ja das machen wir glaube auch weg ne hier von da nach da und auch weg ich glaube hier ist jetzt da nichts mehr blau oder ne ich glaube nicht das machen wir dann später hier ist noch ganz viel blau ja viel zu viel blau ne zack kann man das so machen kann man bestimmt ne gehe ich mal von aus zack weg ist alles weg ich gehe von aus sieht so aus als ob wir es alles abgebaut haben gut tiefer aber bitte nicht ne tiefer geht noch wegen dem wasser aber da haben wir noch nichts gebaut oder ne da oben auf der karte ist nichts zu sehen so das bedeutet wir haben im keller erstmal alles an der seite bis auf hier irgendwo wie man gerade hört ach so da sind die vielen kleinen stellen ne das war ich nicht ne aber hier hier wird grad ordentlich abgebaut ok das ist aber auch gleich wenn die da unten bleiben fertig dann lass das gut sein die sind ja einigermaßen da unterwegs ne deswegen das geht schon können wir mit leben so drei stück noch aber jetzt nicht weglaufen ne erst gerade diese drei fertig machen bitte kommt da einer und macht das hier unten läuft einer eine Terje tiefer naja einer noch der da und da kommt ein Händler rein erstmal laufen das wird abgebaut ich weiß nicht wo die andere stelle ist wo sie abbauen ah hier hinten noch komm zack weg damit ok da läuft noch jemand und wo läuft die person hin ah da wo ich gerade weg gemacht haben wollte näher bauen alles klar jetzt wird hier gemacht gut ja jetzt wird es draußen mal dunkel oder so hier ist noch eine stelle ah ah der Händler ist wohl da ah der bringt Rüstung zum Beispiel mit Hosen ah das ist alles Holzzeug ne das wollen wir dann doch erstmal nicht da haben wir schon besseres selbst gebaut ne das ist aber okay das ist aber okay hm das ist gerade zurückgetan von der Rüstung hm die Schuhe die Schuhe sind immer schwierig glaube dann hängt man über den Helm und dann machen wir den Handel ne gut weiter geht's weiß ich nicht jetzt gerade wo die abgebaut haben auf jeden Fall geht der da wohl hin genau ah da kommt die nächste Person und baut noch was ab alles gut ja schön dass ihr auf der anderen Seite auch geht dann ist das auch gleich schnell behoben hier kommen ja einige die das machen so zwei dann ist es weg einer kommt da schon leider den zweiten Stein nicht weggemacht so hier sieht es dann so aus als ob hier alles in Ordnung ist hier haben wir das Wasser schön eingedämmt ne da ist unser Friedhof gut dann gehen wir mal nach oben und gucken zu dass wir hier oben jetzt mal was wegkriegen wo ist der Berg da den wir ja weg haben und probieren das nochmal ob wir das nicht schaffen mein mein und dick naja okay das ist jetzt eine Etage tiefer komm mach das alles einzeln weg und wir wollen hoffen dass da einer kommt und das tut diesmal weil wir haben jetzt die anderen Baustellen alle abgezogen ne ja jetzt läuft da keiner hoch jetzt oder was da ist auch noch einer ich weiß dann nicht warum es nicht geht ich weiß dann nicht warum es nicht geht da siehst du und bleibt ein Bug oder was wie weit sind die fehlt es noch ordentlich diese Person hat es geschafft und die geht in den Bergbau so schon wieder neue 40 von 80 aber jetzt 86 people gut ja gut wir haben da unten das erstmal verhindert sozusagen haben Laternen gebaut die jetzt hier noch weiter ausgebaut werden müssen das machen wir nächstes mal wir sind bis hier ne bis hier sind wir mit den Laternen erstmal so weit vorangekommen dass die jetzt richtig stehen und gucken dann dass wir die weiteren noch machen schön wäre es wenn wir dann sehen würden dass das hier endlich abgebaut wird aber das ist irgendwie buggy keine Ahnung warum wäre schon schön wenn es funktionieren würde der Sand hier ist immer noch nicht abgebaut leider nicht gut die sind hier am ausruhen wahrscheinlich hier oben auch noch am ausruhen genau schillen ohne Ende könnten aber mal was tun ja gut dann haben wir das erst soweit ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid jetzt gucke ich gerade noch tatsächlich die bei uns ab cool alles klar dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss